Ola Leute, wir machen leite mit Let's Play Together Series, Semidee, The First Encounter, aber es kommt mir immer vor wie so eine Vokabel, die ich auswendig lernen muss und dann aufsage und so ein irre langes Ding. Wir sind immer noch in Luxor und ich höre hier die ganze Zeit Gegner hierherkommt, darum will ich mal eben nachgucken, weil ich glaube, die sind hier drin und irgendwie muss man da reinkommen. Ich habe mir schon überlegt, einfach mal von drauf zu springen, das versuche ich jetzt mal. Ich versuche jetzt nur da drauf zu kommen. Viel Glück, wenn da drin Gegner sind, dann... Das Grundsinn hört man übrigens schon die ganze Zeit, also... Ich will da irgendwie drauf. Ja, viel Glück. Ich mache hier das kaputt. Da sind auch irgendwelche Feuer. Ah, hier ist irgendwas. Wo bist du denn, mein Päditleinchen? Ich bin hier oben drauf. Und ich sehe hier was. Hier sieht es auf jeden Fall anders aus. Soll ich auch mal kommen? Oh ja, da ist ein Gegner unten drin. Wenn ich jetzt wüsste, wie du da hochgekommen bist... Moment. Was? Ach Gottchen. Ja, voll der Umweg hier und so. Ja. Aber ich habe es wenigstens gefunden. Ja, wie kommst du da hoch? Hier jetzt. Von hier rüberspringen. Ach, meinst du das Kriechen? Nö. Äh... Ja, dann geh mal vor. Nein, ich geh garantiert nicht mehr vor. Dafür hast du mehr Rüstung, also gehst du vor. Okay, also. Dann gehen wir gleichzeitig. Ach ja, du gehst eh nicht. Zwei, eins, los. Das war doch easy. Hier hat es zermessert. Ja, gut. Fahr uns nach oben, Fahrstuhl. Ah. Sehr gut. Wir haben es herausgefunden. Gut, dann können wir ja weiter. Okay. Mist. Mist, da geht es nicht lang. Aber es gab keinen anderen Weg hier raus. Vielleicht geht es... Ah, ich weiß wo. Komm mit. Wir waren doch vorhin bei so einem Teil, wo es nicht weiterging. Vielleicht ist es jetzt auch. Das bezweifle ich. Ich nicht. Ich sehe nämlich von hier, dass es du ist. Also ich sehe das von hier nicht. Weiß ja nicht, wo du hinguckst, aber ich sehe das nicht. Oh, du meinst da. Das war aber auch du. Ja. Das siehst du aber nicht. Oh, das ist auf. Ha 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 ha. Ja, ja. Anal. Isire. Was hat er denn analisiert? Feather of Truth haben wir gefunden. Ich will dir nichts sagen, aber Frauen haben hier wohl gerade die Überhand. Ja, ja, ja. Aber warte mal, wenn wir jetzt hier so ne... Oh. Sorry! Ich habe jetzt hier was gespawnt. Ach du Scheiße. Ähm. Ja. Das ist schon krass hier halt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf der Seite da sowas gefunden haben, müssten wir es theoretisch auf der anderen Seite auch finden. Das heißt, wir müssen da nochmal rüber. Auf die andere Seite, da wo wir schon mal waren. Ja, dann komm mal mit. Du weißt nicht, wo es hingeht, oder was? Doch, ich wollte nur gucken, was da hinten ist. Was? Ich dachte, da ist schon wieder mal die Orientierung verloren. Nein, ich verlieh nie die Orientierung. Nein. Nein. Das ist im letzten Parallel. Du bist voll weit von mir weg. Nee. Ich höre die anderen schon wieder irgendwas schreien. Du. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, in diesem Spiel schreit die ganze Zeit irgendwas. Und wenn Svenja ist. Ja, und? Wo? Ach. So, hol ich die auf dem Auge. Ich habe noch 22 Schusses. Wo ist das denn? Ist das irgendwo Tomigan-Munition? Hast du das schon gekillt? Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich umgeguckt nach Tomigan-Munition. Aber keine gefunden. So ein Mist. Ich nehme mal was anderes, wo ich Moni habe. Oh, da habe ich auch nicht viel. Konstrule. Da! Tomigan-Munition! Ja. Schieb mich nicht weg. Genau, hier war ich nämlich heute gefangen. Äh, gestern war ich hier gefangen. Ist schon wieder total groß hier und verwinkelt. Blaue Laser gegen grüne Laser. Grüne gewinnen. Weil grün immer gewinnt. So. Ja, hallo. Ich habe schon wieder eins. Ich auch. Ein Laufi. Ein Laufi-Saufi. Nee, nicht saufi. Nee, nicht saufi. Nicht? Oh, oh. Oh, ich weich natürlich nicht aus. Ich glaube, er flasche oder so macht man's. Ja. Bin ja für. Ah, jetzt weiß ich, was das in dem roten Koffer ist, was ich da die ganze Zeit aufsammle. Was für ein rotes Koffer? Granat! Achso, ja. Das war ein bisschen spät. Ich habe den Knopf gedrückt. Was passiert? Kommt Pferde. Ganz toll. Hab ich fein gemacht. Ja. Wow. Schade, dass die nicht bluten. Ja, finde ich auch. Oh, deshalb hasse ich die Pferde. Weil die nicht bluten. Hier muss noch irgendwo so ein Knopf sein, so ein Geheimer. Jetzt laufen wir nochmal hier doof um das Ding rum, ey. Aber immerhin habe ich schon mal einige... Oh, du Scheiße. Ich habe nichts Fernwaffiges mehr. Waffenmäßiges, nicht Waffiges. Ah, hier ist jetzt was auf. Aua. Aua. Oh, oh. Aua, springt er mir genau in dem Moment, wo ich schießen will vor den Kopf. Oh, oh. Ich fahre ihn selbst mal vor, wie? Ich fahre ihn selbst mal vor, wie? Irgendwo muss jetzt was offen sein. Und wenn wir noch ein drittes Mal im Kreis laufen müssen. Oh, oh, laufi. Aua. Ach, toll. Ach, hier ist es offen. Ha, ich habe es richtig gehört gehabt. Au. Der war ja schnell tot. Boah, jetzt habe ich einen Leck. Oh. Ich kriege diese Tommy Gun Munition. Tommy Gun! Baby, would you throw me with a Tommy Gun? Nein. Womit dann? With a P-Gun. Wofür das P steht, dazu wird entscheiden. Hier ist bestimmt auch gedankt. Hier ist bestimmt auch gedankt. Achso. Okay. Viel Spaß. Ich sammle dir Rüstung ein. Weee! Mach lieber mal die Pferde kaputt. Weiß ich nicht. Aua! Ey! Mach lieber mal die Pferde kaputt, weiß ich nicht. Okay, jetzt habe ich genau null Schuss noch. Ich habe keine Rüstung mehr. Da lag doch die Pferde. Ja, das habe ich ja. Die habe ich nämlich eben eingesammelt. Und du rennst einfach weg von den Pferden, ne? Der war nicht, weil ich die Spinne kaputt gemacht habe. Welche Spinne? Ja, das Arachnoid-Ding. Arachnoid-Ding. Okay, es geht weiter. Ich wurde ja von einem Abonnenten darauf aufmerksam gemacht, dass Skorpione zu Spinnenartige, also die als Klasse Spinnenartige sind. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Oh, Alter. Danke. Kein Ding. Ich hasse diese. Bäh. Ey. Na? Da ist der eine Opfer runtergefallen. Der Opfer. Achtung, da ist ein Schleim, ihr Ballmi. Ja, klar. Aua, das hat mich schon getroffen. Ey, hier ist noch irgendwo einer. Da oben. Hast du ihn gekillert? Hier ist schon wieder so was zu ist. Hier schießt immer noch irgendwas. Hier ist auf jeden Fall ein Herr. Oh, ist mir so furcht. Tür nicht verschlossen. Doors unlocked. Tür nicht verschlossen. Ne? Oh. Alter. Hey. Welche Doors denn jetzt unlocked? Weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Dann stellt nur Tür nicht verschlossen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal hier rein. Wo rein? Wo bist du denn? Warte. Ach, ich dachte, da kommen wir her. Falsche Faktoren ausgewählt. Ich wusste, dass da was auf der Ecke steht. Mach das mal weg, bitte. Ich hör's. Ich hör's. Nein, ich hör's aber noch. Okay, weil's da unten steht. Ich hör's weg. Das ist was weg. Danke. Vielen Dank. F'il te plaît. Oh ne, nicht französisch. Was denn da? Aua. Da ist ein Pferd. Das ist doch runtergefallen. Aua. Wieso kassier ich eigentlich immer? Oh. Normalerweise kassier ich immer. Ich hab gerade den ausgerettet. Danke. Dafür hab ich den einfach nur eh die weggemacht. Ach so, jetzt geht bestimmt die Tür hier auf. Wartest du mal auf mich? Nein. Nein, nicht. Geht. Pfff. Hä? Ich weiß auch nicht. Okay. Auf jeden Fall war hier noch was. Da geh ich jetzt auch mal drauf. Wo? Ach so, da schleudert einen wieder zurück. Sehr gut. Hey, hey. Man verliert gar keinen Schaden. Man verliert gar keinen Schaden, ja. Äh, äh. Analyseh, dann gucken wir, was wir jetzt gekriegt haben. Das goldene Herz. Use it with the fellow of truth to open the door. Warum darfst du es analysieren, wenn ich es aufsamble? Okay, wir können jetzt mit den beiden Sachen irgendeine Tür öffnen. Bestimmt die denn. Ach ja. Was? Oh, ein Fleimie. Ach, hey. Und Ferdie-Berdies kommen auch. Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, hab ich nicht gesehen. Komm mal ein bisschen rein. Ui. Haben wir fein gemacht. So, die Ferdie-Berdies sind auch weg. Die Ferdie-Berdies, das klingt ja voll schwul. Ja, aber Schleimie-Beimie, klingt nicht schwul, oder was? Das hab ich gesagt. Wenn ich das sage, ist das nicht schwul. Aber wenn ich Ferdie-Berdies sag, ist das schwul, oder was? Geh mal hier in der Mitte oben drauf. Ja, auf mich. Wie denn? Ich soll auf dich. Und, ist da was? Ja, jetzt. Nö. Was soll ich jetzt hier? Toll. Ah. Nein. Siehst du? Oh. Nice. Tja. Hast du die Rüstung nicht aufgesammelt, oder was hast du? Hast du so wenig? Da war Rüstung. Hast du die nicht aufgesammelt? Papien. Klopp. Nice. Jetzt hab ich keine Muni mehr. Ferdie-Berdies. Warte mal, hab ich überhaupt nen Wecker gestillt? Da ist Tommy-Muni! Haha, ich lass dich mal mit dem alleine. Der ist schon tot. Er hat mich nur ultra erschrocken. Der Ferdie-Berdie? Ja, der Ferdie-Berdie hat mich ultra erschrocken gerade. Und ich wusste irgendwie, dass da was um die Ecke steht, aber bin natürlich direkt daneben gewext. Gehen wir ihn jetzt lang? Das da sieht aus wie der Hauptweg, wo du gerade bist. Aber können wir da... Ja, da will ich ja gar nicht lang. ...doch. 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 Ach, nö. Der ist nix. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite ist aber ein Gang. Ja? Hab ich nicht gesehen. Ich war da zwar gerade, aber... Ach doch. Ach. So. Dann los. Bist du? Ah, kommt ein Unsichtbarer. Ach du scha... Hä, wie bist du denn? Lol. Ach, guck mal, wo wir sind! Ach so, cool. Hier. Hier. Ich hab sie! Ich hab sie! Ich bin gerade echt... Ist gerade echt spannend hier, finde ich. Ich hab Angst. Oh! Was hat hier ein großer Raum? Oh! Ach du Scheiße! Ich guck den uns an! Ach du Scheiße! Und du hast den voll in die Fresse gekriegt, oder? Ja. Oh, sorry. Du musst auch dich dran gewinnen, wenn ich nicht schreie, dass was kommen könnte. Wenn ich mir sage, ach du Scheiße. Ich hab nicht geschickt, ich hab den gehört. Hä, wo? Wo war das denn? Wo war's denn? Ich hab nur einen Schaden gekriegt, aber das nicht gesehen. Hä, es fließt ja gerade irgendwie runter und wieder hochgepackt. Nein. Aber ich würd sagen, bevor wir jetzt hier durch diesen... ...Tür gehen... ...durch diesen Tür? Ja. Dann machen wir hier erstmal einen Cut. Sehr guter Deutsch. Und den nächsten großen Raum machen wir dann im nächsten Video. Also, tschau Leute. Tschüss!